Aufgabe bleibt uns noch wo gehen wir hin die Steckbriefe herkamen sie stammen aus einer Maschine wir müssen sie abschalten ja dann auf das sehe ich als Nobody der zum ersten Mal in der Stadt ist muss hier ganz alleine da jetzt mal zum Drucker und dahin rennen und dort machen und da hast du gesehen ja nee ist klar hier lang ich könnte über die Dächer gehen und dich dort treffen besser du lernst erstmal die Tunnel kennen Tunnel die Freimaurer haben ein ganzes Netz davon unter der Stadt sie sind recht nützlich wenn Eile und Geheimhaltung nötig sind ja nee ist klar ich glaube jetzt einfach mal da hin ich habe keine Ahnung wo ich da hin muss jetzt wo finde ich denn so ein Tunnel System ok was ist das hier Fort Templar ok hinkebeins klunker Almanachseite hier haben wir einen Schatz Bürgerwehr ok ich habe doch keine Ahnung wo ich da jetzt so einen ruhigen Weg finde erkennen die mich wieder sofort oder lassen die mich durch ok die lassen mich nicht durch immerhin attackieren sie mich nicht mehr verdammte Hacke ein Trommler ist mit dabei weg mit dir hier gibt's nicht mehr hier ist ja hier ist das Haben wir es geschafft? Jawoll, komplett. Gar kein Problem. Warte. Hier muss es ja übelst stinken. So, jetzt sind wir zum zweiten Mal hier in diesem Tunnelsystem, wer sich daran erinnern kann. Das heißt, wir müssten ja eigentlich schon ein bisschen erforscht haben hier. Ja, Tatsache. So, diese Lampen hier, okay. Süße Ratte, süße kleine Mieteratte. Der hat uns die Frage nicht beantwortet. Lass uns weitergehen. Wir müssen den Ratten folgen. Okay. Ja genau, setz das Scheißding einfach ab. Ich sehe ein Licht. Geh nicht ins Licht. Nein. Lass mal Pro-Bike ran hier. Pro-Bow, äh, Pro-Bro. So war das. Pro-Bro, war auch schöner. Ah, nicht dieses Scheiß hier. Cool, das ging mal mit einem Schlag. Ich werde irre. Oh, yeah. Oh yeah, oh yeah, oh ha ha, Meat Cake TV oder sowas, oh yeah, urrrr, was? Ein Gegner können sie, Bekanntheitsgrad 1, Gegner können sie entdecken, okay, gut. Also bin ich so Humpty Dumpty Style oder was. So, wie komme ich jetzt da rein? Ich verstehe es nicht. Computer sagt nein. Ich nehme jetzt den Weg. Ich nehme das in das scheiß Haus da. Kriege ich Stress, wenn ich jetzt da reingehe? Halte den Ksto! Nein, nein! Ja, ihr stresst mich aber auch, ey. Ich muss da rein. Ja, ne, ist klar. Alter. Ja, genau. Wieso kann ich mich jetzt nicht verteidigen? Alter, er soll mir anzeigen, dass ich mich verteidigen muss. Alter, er zeigt es mich schon wieder nicht an. Scheiße, das war zu langsam. Jetzt reichen wir zwei Sachen an. Schön. So, darf ich jetzt einfach hier reingehen? Danke. Morgen. Du verlangst sehr viel von mir, Sam. Ich weiß, aber ich wäre nicht hier, wenn es nicht wichtig wäre. Es ist wirklich unerlässlich. Gut, doch nur dieses Mal. In Zukunft haben diese Dienste ihren Preis. Die Druckplatte zu ändern ist ausgesprochen schwierig. Ganz zu schweigen vor der Gefahr entdeckt zu werden. Ich werde deine Güte nicht vergessen. Ich auch nicht. Dank ihm wird man bestimmt nicht länger nach dir suchen. Komm. Ich zeige dir, wie du abreisen kannst. Jetzt, wo wieder Ruhe herrscht. Oh, nun hattest du Gelegenheit, alles mal zu sehen. Unlauteres Benehmen wird die Bürger erregen und bringt sie dazu, die Wache zu rufen. Abhängig von der Schwere deiner Verfehlungen suchen sie vielleicht nur kurz nach dir, bevor sie zu ihren Posten zurückkehren. Doch bei schweren oder wiederholten Verbrechen werden sie bei der Verfolgung aggressiver vorgehen. Vergiss das nicht. Es gibt drei Wege, das Blatt zu wenden. Entferne Steckbriefe, besteche Stadtschreier oder erstelle bei einem Drucker deine eigene Propaganda. Das ist falsch. Warum erkläre ich nicht einfach, dass ich unschuldig bin? Ist das dein Ernst? Wir erwidern Lügen mit Lügen. Hier wären wir. Sprich mit dem Hafenmeister und er bringt dich heim. Hab Dank für alles, Herr. Ich verspreche, den Gefallen bald zu erwidern. Oh, ich zähle darauf. So richtig? Ja, gut. Volle Synchronisation. Bechers. So wie wir das auch haben. So, muss ich jetzt hin? Muss ich mit dir labern? Wo muss ich denn hin, ne? Grenzland. Boston. Dävenport-Siedlung. Ja, keine Ahnung, wo ich hin muss. Alter, gibt es hier viel zu entdecken, hier. Nächste Mal am Arsch. Rotter, 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 rotter. Hier haben die Templer ihren Sitzplatz. Ja, soll ich das jetzt alles hier machen, oder wat? Wollt ihr das überhaupt? Das ist... Eieieiei. Eigentlich wollte ich ja ein bisschen mehr vom Let's Play mitnehmen, aber... Weg den ganzen Shit hier machen soll. Wir werden mal das hier mal aufsuchen. Komm. Was ist denn das Ausrufezeichen jetzt? Ach, Dävenport-Siedlung muss ich. Okay, cool. Gut. Ich bin jetzt ikognito, das heißt, ich hab erstmal keinen Stress hier mit den ganzen... Nein, lasst mich in Ruhe. Ich hab nicht gerade viel Kohle, ne? 7.63 Dollar hier Pfund. Oh, ist das kalt. Oh, ist das kalt. Mist, wie? Meine Katzen würden jetzt eine Schelle von mir kassieren. Ich glaube, wenn ich jetzt da lang laufe, hab ich ein Problem. Jetzt hoch mit dir! Bist du dumm oder so? So, ich hab mich noch nicht blicken lassen hier. Oh, was fliegt der denn, Ups? Ich hab vorher den Platz noch gefehlt. Oh, was fliegt der denn, Ups? Alles prima. Komm, da sind neu. Ja, ja, feiner Hund. Nein, lass mich in Ruhe, Drecks gehören. Und die weg! Oh, über den Hund gejamt. Habt ihr das gesehen? Das war auch echt nicht nice von mir. Hätten wir mal ein Pferd holen sollen oder so. Hätte schneller funktioniert. Ah, guck mal, direkt annehmen wollen wir noch. Wir wollen ja keinen Stress hier haben, ne? Na, den Schatz holen wir uns gleich. Ich lege dich hier in Ketten, dann vergewaltige ich dich, Arschloch. Das war's womit, die Kognito. Oh, lex mal im Arsch! Hundi, rette mich! Na, Hundi! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Zurück! Bleib stehen! Ich krieg' aber! Alter! Hab dich! Lass mich in Ruhe! Ja, ich merk's! Nein, nein! Morgen! Ich mach mal kurz! Danke! Heiz und fertig! Wuh! So, dann machen wir erst mal das hier. Ich bin ja so ein Freund davon. Nachrichten im neuen Boston Weekly Appetizer. Wegen der gestiegenen Zahl von Unglückfällen verpflichtet die neue Satzung aller Hausbesitzer zu herrlichen Satzinspektionen durch qualifizierte Fachkräfte. Na, ey, so schnell kannst du einfach nicht reagieren. Nachrichten im neuen Boston-Tagentzinspekte. Ich bin ja so ein Freund von Unglückfällen. Na. Ich hasse es einfach. Ich hasse es einfach, das hier zu machen. Ruf jetzt mit dir, du scheiß Teil. Geht doch. Steinschlosspistole, irgendwas. Und 7,50. Ja, sieht doch schon mal ein bisschen besser aus mit der Pfundzahl. So, jetzt müssen wir wieder zurück. Aber Leute, ich weiß gar nicht, ob ich das alles fürs Let's Play machen will. Also mitten in...